ja das heißt folgendem war und jetzt neue und dann noch kurz hin ob es zum Frostschutz die Mittel sonst haben ein Problem so also jetzt Prozent Sons noch kurz gehen nächstes die Linie also sie war ein Sander nicht eins an acht nie das geht ja gar nicht doch es geht 6 7 um 6 Uhr der Zeit wurde können oder wollen schnell rein die Tür auch noch schnell auf damit das wenigstens ausgeglichen wird einmal aufsteigen wenn ich ein ganz troll aus Trollos solche sagen jetzt toll haben und hier mache ich mal dicht auch mann dumm dümmer Fahrgäste ganz schnell an den Bus gehen ein Teil das ist ja noch was von mir unglaublich ich fahre aber schon mal los hä? hallo na alles fit im Schritt ach das wird jetzt aber wieder so knapp mit der Temperatur Schulstraße und der wusste auch so gut ach du Gott die ist ja wirklich verschwunden der ist ganz schön voll diesmal ob die Fahrgaskapazitäten ausreichen das ist ja schon doppeldecker naja sonst hätten wir halt zu zweit fahren müssen mit einem anderen Kajibus noch aber dann muss man halt mal stehen kann man sich auch von den Räumen verhalten so alle reinkommen schnell hallo hallo wollen sie rein? ne ok ach jetzt haben wir zwei Minuten Verspätung oder? muss ich mal kurz gucken ob ich das jetzt richtig sehe ja drei Minuten wir müssen mich auf der Landstraße mal ein bisschen reinbrauen ins Gas damit das nicht wirklich noch explodiert mit das ist ja eskaliert mit der Verspätung dann haben wir auch mal ein ganzes Stück wo wir aufholen können und heizen können wo ist denn der Troll? hallo ist er nicht hier? wollte er hinten einsteigen? hä? hallo? ne da hat sich wohl irgendwie was hier gerade äh wortwörtlich aufgehangen aaaah ich hab schon wieder vergessen na ich komme ja in die Industriegebiet so Industriegebiet ist jetzt die nächste aktuelle Haltestelle ach fast zweieinhalb Minuten Verspätung hi der abgerockte Graffiti muss jetzt halt nicht so schnell und auch den Heizen nicht so bei diesen Außentemperaturen ich hab eingestellt 6 Grad Außentemperatur ist jetzt schon einigermaßen heftig ohne auf dem Betrieb so vorne vorher schon mal warm zu laufen geht da nichts ich mein der hat einfach einen Cold Start erlitten und ist einfach direkt los kommt halt mal vor ach ja ich bin schon gar keine normale äh 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 Straßenlage gewohnt ich mein dieser vorsichtige Fass die ist ja schlimm so hinten einmal aussteigen nur es ist es stehen wir haben auch ein Haar ein aber auch die Temperatur das ist das besonders recht auf der Landstraße da kann man wieder heizen ohne Ende weil dann auch der Motor äh richtig warm läuft ich mein wenn man jetzt mal raus guckt ich möchte ja nichts sehen wie der Ausflug noch dreckig ist also richtig extrem Hauptpost Hauptpost ups also dass ich mit dem Muskel fahren bin ist ja immer kurz vorm Stillchen noch weggerutscht das war immer ganz lustig hinten jemand aussteigen einer eine bei City Bus Simulator München ist das ja immer so ähm wenn man die nicht reinlässt klopfen die ich stehe da schon mal an der Ampel wenn dann halt schon an der Ampel ist und dann klopft sie einmal an der Scheibe naja sonst würde ich ja viel übersehen ich weiß ja erst gar nicht mitnehmen ich meine letztendlich meine ich damit dasselbe schlimm genug aber ist so ja jetzt kann er mal richtig warm laufen komm 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 oh nein waaah ne komm beeil dich ich muss noch zusagen wenn ich da bist guten Tag will er noch eine Fahrkarte haben ne doch nicht ich dachte schon Maximilian Kolbe-Straße ne davor kommt noch Kirchplatz das wie heißt das Kirchplatz ähm Hüschkirche so so da haben wir nur ganz wenig ja eine Temperatur verloren ich bin jetzt irgendwie nur auf die Temperatur konzentriert merkt man sicherlich so einmal hier rum ja das haut sich drei Kilometer haben wir jetzt wo wir richtig äh mal durch auch nein geschehen nein waaah ne ich mach die Halteschne für uns rein so können wir hier wenigstens mal heizen das ist schon mal gut ich hau mal kurz ganz rein ich bin gleich wieder da und auf wann ist denn nichts noch mal gerufen hallo hallo Huuuuhh! Muaah!